Juan Bernhard kann wieder lachen. Der Außenverteidiger ist auf dem besten Weg zurück ins Mannschaftstraining. Ja, ich bin zufrieden, ich fühle mich sehr, sehr gut, viel besser, fast ohne Schmerzen. Aber ich denke, dass ich noch zwei, drei Wochen brauche. Bernhard verletzte sich auf der Asienreise beim 0 zu 4 gegen den AC Mailand. Seitdem sind knapp zweieinhalb Monate vergangen. Ja, es ist meine erste Länge-Verletzung, war nicht einfach für mich, ich brauchte OP auch. Aber seit dem ersten Tag, ich denke daran, nur zu sehr hart trainieren, weil ich schnell zukommen möchte. Die Bayern aktuell fünf Punkte hinter Borussia Dortmund, doch Juan Bernhard hat vor Jahresschluss noch zwei große Ziele. Ich wünsche mir gesund zu bleiben, bitte, mit einer guten Form. und ich möchte am Jahresende wieder an der Tabellenspitze stehen. Fit werden, gesund bleiben, Tabellenspitze erobern – das ist der Masterplan von Juan Bernhard. Wir wünschen viel Erfolg und freuen uns, dass du endlich wieder lachen kannst.